Es leckt. Okay. Ah, okay, jetzt zählt die Zeit zu. Herzlich Willkommen bei Ion Beautiful Temp Adventures. Wir gucken uns heute das Haus von Waved an. Hör das auf. Und jetzt muss ich erstmal was... Jetzt muss ich das mal im Chat schreiben. So, wo bist du? Ah, da. Wir haben hier einmal Lagerverwaltung und gemischt waren Händler. Und hier vorne haben wir noch einmal Lagerverwaltung und gemischt waren Händler. Und das sieht einfach total scheiße aus. Auch noch mit dieser homosexuellen Wolkenmehrtapete dahinter. Dankeschön. Danke, 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 danke. Ich möchte dabei auch noch sagen, diese Clubdecke, die habe ich eben gecraftet. Die haben mit 25%, die ist beim ersten Try durchgegangen. Oh mein Gott, ist das schwert hässlich. So, wunderschön sieht das außerdem hier aus. Wir haben hier... Clubbereich. Keiner will den Platz neben dem Klo haben. Ist einfach so. Ist das... Einmal Pora. Einmal Düng. Ich habe immer ein Dünger dabei. Ein Düngerchen fürs Hüngerchen. Ein Dünger, du Hunger. So, das war es auch schon für heute. Wunderschön.